Mein Name ist Jérôme Luling. Auf meiner Sendung Lützebäuer-Lehrer testen wir heute ein Wissen, und zwar mit einem Lützebäuer-Quiz auf rtl.lu. Da gucken wir ein Tag mal an. Lützebäuer-Quiz, Teil Nummer 2, Test-Erdbissen vom 28. Oktober 2020. Wie gut kennt ihr Lützebäuer-Deal 2? Ein weiterer Quiz mit knivellischer, froher Runderem Lützebäuer. Sind ihr prät? Er ist froh, wieviel der Puteat setzen zu Lützebäuer an der Schammer. Ich weiß nicht, ob der Puteat so richtig geschrieben ist. 60, 30, 50 oder 80. Jetzt sind er natürlich 60. Ich probier mal ein bisschen mehr groß zu machen. 60. Und dann, nächste Frage. Wer hat Taptroll am Kinosfilm Super Jam Returns gespielt? Das ist der Passier-Komposier. Wer hat gespielt? Und dann haben wir vier Optionen. Der Puteat alt, den André Jung, der Joé Frösch, den Alain Neu. Und das ist natürlich den André Jung. Frage Nummer 3. Wo findet ihr die nationale Bäuer-Müse? Zu Kärsching, zu Dickerisch, zu Eschsauer oder zu Wolz? Und das natürlich zu Wolz. Was ist die tiefste Ortschaft am Land? Meter über dem Meeresspiegel? Wasserballisch? Kehl? Weißwampisch? Oder Stesel? Ich ging so etwas Wasserballisch. Wie viele Kantonen wird Lützebüsch? 36, 7, 12, 24. Und das sind dann natürlich 12. Wie eng Bräder sind bekannt für ihre Gutleistungen am Zyklissen? Bräder Schleck, Bräder Grimm, Bräder Maus, Bräder Klein. Und das sind natürlich die weltberühmte Bräder Schleck. So. Wie heißt eine bekannte Band aus Lützebüsch? See to three, see the tree, see to me, see to tree. Ich meine das, see to tree. So. Wie viele Ministeren, oder ne, ah, wie viele Ministeren, okay, sorry, ja. Wie viele Ministeren gehen denn aktuell an der Regierung? 23, 12, 20 oder 16? Und das sind da für den Moment 16. Nichts froh. Also. Auf wenigen Kantonen wohnen die mannste Leute. Zu Feiernen, zu Klirf, zu Kapellen, zu Wolz. Oder ich misst dann am Kanton Feiernen, am Kanton Klirf, am Kanton Kapellen, am Kanton Wolz. Und das ist natürlich am Kanton. Hm. Nicht so einfach. Also. Ich ging so am Kanton Feiernen. Wie viele Gemengen gehen denn am Land? 96, 86, 132 oder 102? Zwei. Das ist ein Gemeng, das weiblich. 102 Gemengen. Und, äh, jetzt sind da auch noch ein bisschen Männer. Ich meine, du hättest schon etwas geändert. Und dafür ging es so ein Tip-Tip-Tap und du bist ab. Hm. 102. 102 Gemengen. So. 10 von 10. Yeah. Alles richtig. A-Statnet fantastisch. Hier oder nein geht Lesung. Könnt ihr alles schön proper. Nur gucken, nur lesen. Und ihr könnt das Spiel selbstverständlich auch nach NK ja wiederholen. Eine Flotte Aktion von RTL.lo. Und da ging ich auch nicht an mein Handmenü. Alles in den Schnees. Guckuck. Geseht ihr mich? Guckuck. 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 A- 먼. Guckuck.